Put- eastern Meepuff was war das denn MANOLijePiTJĄ Die verwirte Popcornstöß gegen das Meep Also... grad tote Hose, alle sind am PENN da ist ein SIMPO Koblo altar da sind ganz viele POs was machen hier alle ist ja unglaublich wie gesagt im letzten Video ich lade das hoch sagt Bananenspitt ist fett und genau in dem Moment hat sie geworfen Hallo Bananenspitt da sind kleine Scheißer zwei kleine Scheißer drei kleine Scheißer und vier kleine Scheißer da du jetzt drehst du dich weißt du so und dann schalten wir doch einfach mal nach 24 Stunden wieder ein gucken was so kleine Kackpratzen daraus geworden sind oder ich hebe mal den Deckel an Na Mami so sehen die kleinen Rusels jetzt aus das sind übrigens drei Weibchen und ein Männchen eins drei drei und vier und du bist unglaublich hässlich du bist nicht gerade ein wirklich schönes Schwein was hat sich dabei Bananenspitt gedacht zwei drei komm zieh dich scharf ich bin scharf guck mich ja ich bin scharf ein kleines strumbeliges hallo 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 also ich finde sie ziemlich cool aus komm hier hallo hallo Jochi und das sind die kleinen Scheißer die Bananenspitt geworfen hat Müll 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 Panna hallo Müll 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 Und noch einmal rüber hallo Manzpann Manzpann wieder ein schönes Langerhaar Schwein Manzpann Danke. Hallo Wusel Wusel.